Ja moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im letzten Video ging es ja ganz gut, ihr seht schon wir haben von 500 Dollar auf 842 erhöht und heute hoffen wir natürlich, dass es so weiter geht. Heute ein anderes Spiel, wir sind in Gems Bonanza, nicht mehr in Book of Ra. Wir sind auf der Suche nach dem nächsten Big Win, deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal die Autospins rein. Wir machen 100 Spins, a nicht 2 Euro, sondern a 1 Euro. Und dann würde ich sagen, kommen die Highlights ins Video. Ihr kennt das Prozedere, deswegen lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt das Video. Los geht's. Okay, jetzt haben wir die ersten Auslöser. Nuklear, okay. Egal, Nuklear kann jetzt was reißen, weil wir noch nämlich die drei Sachen da oben rumliegen. Okay, genau da wo es nicht ist, perfekt. Jetzt Kolossal-Symbol, bitte gönnen. Bitte gönnen. Oben irgendwas wegkommt. Oh mein Gott, das löst nicht aus. Schade. Schade, schade, schade. Was, eine Riesenreihe. Holy shit, okay. 1,50. Jetzt, Squares, gönn bitte. Okay. Okay. So, haben wir wieder Squares, ne? Okay. Okay, 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 was, 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 was? Okay. Okay. Äh. 150? 150? Nicht mal Freispiel, einfach so. Random Spin 150. What the fuck? Auf nem Euro, ein Euro Spin. Auf nem Ein-Euro-Spin, Jungs. Auf nem einfachen Ein-Euro-Spin. Haben wir 150 Dollar oder Euro. Oh mein Gott. Ich, ich, äh, äh, 150, Jungs. 150, was ist da passiert? Was war das? Ich muss das in der Aufnahme nochmal anschauen. Was war das? Das war ja krass. Diese Dreiecke waren das, glaub ich, ne? Was? Das war ja fast Vollbild-Dreiecke. Das, Junge. Okay. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das ist Banger. Banger. Okay. Zwei Sachen aktivieren wieder. Wir könnten jetzt wieder auslösen. Okay. Sieht nicht gut aus. Kolossel-Symbol jetzt. Gönn. Okay. Wir haben Lucky, äh, hier. Lucky Wilds. Ne. Was ist das? Nicht Lucky Wilds. Doch. Das sind Lucky Wilds. So, Lucky Wilds. Bitte. Bitte. Zündung. Wir haben nochmal Wild Gems. Wild Gems müssen jetzt regeln. Dann haben wir Freispiele. Komm schon. Wild Gems. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Das könnte reichen, oder? Es reicht. Wir haben Freispiele. Okay. Let's go. Freispiele. Da sind wir. Da sind wir doch. 10 Euro und Freispiele. Let's go. Nuklear. Wieder unnötig as fuck. Scheiß drauf. Wild Gems schon mal sehr, sehr gut. Lösen zwar nicht so viel aus, aber haben wir schon mal ordentlich gegönnt. Jetzt. Squass. Die Dreiecke sind wieder da. Okay, okay. Wir haben eine riesige Anzahl. Jetzt die Dreiecke. Okay. Leider nicht ausgelöst, sondern direkt schon aktiviert. Flossen-Symbol. 15 Dollar. Okay. Jetzt, wenn die Lucky Wilds nochmal reinzünden, dann haben wir Verlängerung Freispiele. Okay. Das reicht nicht. Ne. Egal. Egal. Freispiele und trotzdem 53 Dollar mitgenommen. Aus 1 Euro Spins. Wie gesagt. 1 Euro Spins. Wir machen trotzdem gefühlt nur Profit. Wie viele Spins haben wir noch? Das muss hier unten irgendwo stehen. 68 haben wir. Wir haben nicht mal die Hälfte. Und wir haben schon über, ja doch, über 300 Euro gesammelt. Super. Das ist doch top. Ist doch tip top. Nuclear. Egal. Ich hasse Nuclear sonst eigentlich immer. Aber jetzt kannst du diesmal echt carryen, indem wir einfach ein neues Setup bekommen. Ja, okay. Okay. Ne. Scheiß auf. Ich muss Nuclear einfach weiterhassen. Ich wollte ihm das gerade eine Chance geben, aber ne. Nuclear ist es einfach nicht. Ganz einfach. Wieder mal Nuclear. Gleiches Spiel. Bekommen wir was oder nicht? Diesmal bekommen wir was. Genau. Das meine ich nämlich. Weil jetzt bieten sich neue Chancen, dass wir die auch noch bekommen. Oder? Aber sowas von. Okay. Beide aktiviert. Direkt. Jetzt haben wir Wild Gems und Squares. Da kann was laufen. Okay. Gut. Okay. Jetzt. Jetzt gönnen. Da haben wir Freispiele. Jetzt gönnen. Jetzt. Kolossel Simo. Mach keinen Scheiß. Reicht das? Es reicht nicht. Oh mein Gott. Es reicht. Es reicht. Der letzte 20 Cent Spin hat gereicht. Let's go. Das war wichtig. Das war verdammt, verdammt wichtig. Nuclear bei Freispielen so unnötig. Wirklich so unfassbar unnötig. Egal. So. Wild Gems. Komm schon. Schwache Wild Gems. Holy shit. Squares. Auch nicht so gute Squares. Also. 50 Euro. Nichts gesagt. Perfekt. Freispiele jetzt schon gut. Lucky Wilds nochmal reinzünden jetzt. Jawohl. 74 Dollar. 74 Dollar. Verlängerung war eh nicht mehr drin. Weil zu wenig drin war. Aber. 74 Dollar. Nehmen wir wieder mal mit. Ey. Das ist so geil gerade. Es macht einfach Spaß. Nicht mal die Hälfte vorbei. Und wir hatten schon zweimal Freispiele. Und einmal 150 Dollar plus. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich sag's euch. Gefällt mir. Okay. So. Da sind wieder die guten alten Wild Gems. Wir könnten ein paar Sachen auslösen noch. Es ist noch ein bisschen was da. Okay. Komm schon. Bitte nach da und irgendwas. Okay. Wir haben noch die Chance. Squares. Komm schon. Bitte. Nein. Warum so reingekackt? Warum? Oh mein Gott. Das war fast. Das war ja traurig. So. Nochmal. Gleiche Chance. Wir haben jetzt. Nuklear. Boah. Ja. Egal. Nuklear kann vielleicht auch wieder was regeln. Lass mich da sowas aktivieren. Ne. Das wär's. Oh. Oh. Okay. Okay. Was? Nur 2. Oh. Okay. Scheiß drauf. Okay. Das waren 100 Spins. Wir haben einen Kontostand von Topf. 1049 Euro und 80 Cent. Jetzt kaufen wir uns noch einmal Freispiele für 100. Jetzt möchte ich von euch das hier in die Kommentare schreibt. Denkt ihr? Wir werden am Ende des Videos mit über 1000 Euro Guthaben rausgehen oder unter 1000? Also quasi einfach werden wir in diesen Freispielen jetzt mehr als 50 Dollar einnehmen oder nicht? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin auf eure Antworten gespannt. Und ich würde sagen los geht's. So. Oh. Ja. Okay. Das löst gar nichts aus. Bevor wir in die Freispiele gehen. Ist auch gut. Scheiß drauf. So. Nuklear. Make mit dir. Jetzt Wild Gems. Gönnt. Bitte. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Squares. Okay. 11 Euro. Okay. Lädt aber nicht viel auf. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. So. Kolossal Symbol. Okay. Nur 7 Euro. Scheiße. Jetzt Lucky Wilds. Bitte gönnt. Sie gönnen nicht. Sie gönnen absolut nicht. Holy shit. Okay. Das waren sehr 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 traurige Freispiele. Aber ich würde sagen das war es noch mit dem heutigen Video. Wir haben wieder ordentlich Profit gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat gerne einen Daumen nach oben da lassen. Den Kanal kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video. Also macht's gut. Haut rein. Und ciao ciao. Bis zum nächsten Mal.